ist runtergefallen sollte aber es ist gelockt ja geil das bedeutet wir nehmen uns den Gegenstand von ihr ja natürlich jetzt haben wir einen Schlüssel und damit können wir wahrscheinlich das Schloss rechts aufmachen das wir gerade nicht aufbekommen haben dann kann man da runterklettern also müssen wir den Weg nochmal hoch Backtracking das ist immer so eine Sache in Spielen oh eine neue Gegnerart die Schilder kann man nur mit dem harten Schlag kaputt machen ah ok mit diesem Zeitlupen Schlag also Bullet Time ich kriege das nicht mal durch die Attacke weil die so so endlich muss man schon ein bisschen Abstand von denen nehmen weil die sind so flink die brechen die Attacke ab von einem so so dann wäre auch gleich schon ah ne sind wir gleich da so überall neue Gegner aber die gehen schon deutlich schneller tot das heißt das Upgrade hat was gebracht auf jeden Fall zuzug die den die 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 im zweiten run hier ist immer noch nichts passiert einfach nur gegner komisch ok soll mir recht sein hier ist die tante vorhin runtergefallen so speichern wir das wieder hier ist select dann haben wir auch schon 70 minuten 75 minuten zack wieder speichern hallo da ist jetzt irgendwas auf sie gefallen also mit den digitalen schulter tasten sind halt darauf ausgelegt und hier das geht nicht klar aber es ist jedoch keine sackgasse oder hier kommen hochklettern also hier ist mir auch schon von anfang an halt aufgefallen ist missions design das level design ist schon ganz nice schon durchdacht wobei ich bei ein paar rätseln hatte ich das in erinnerung dass es nicht so optimal war aber oder ich war einfach zu blöd aber da bin ich einfach hängen geblieben an manchen stellen musste tatsächlich nachschauen aber ich komme bisher ganz gut durch was ist das denn an den boss kann ich mich gar nicht erinnern aber cool sind keine bosse sind normale gegner sind irgendwie die können sich also hier in den boden eindingsen was machen die denn hier gehört das ist das hier richtige richtung wenn ja dann möchte ich hier noch mal runter ja hier ist nämlich irgendwas ich muss da ja eh noch mal lang dann können wir hier ist doch was zack noch ein august ach so ach so das ist ja richtig cool das heißt die dinger upgraden die hp also allgemein immer und davon gibt es mehr deswegen weiß man eigentlich nie ob man was verpasst hat ich ging aber schnell down ich denke die quicktime sequenz dauert sogar lang länger als den per hand platz zu machen also muss man mal schauen ob sich das überhaupt lohnt optisch ist natürlich eine ganz andere sache soll ich hier jetzt runter springen oder was wollte mir das gerade sagen ich habe da nicht ganz aufgepasst ja behindert ja behindert ach und hier kann man sich dran hängen oder ne irgendwie nicht ja doch man sich doch ganz klar dran hängen oder okay dann vielleicht ja okay wo würden die dann hinführen das ist dann wieder was anderes bin ich hier richtig ach das tor hat sich geöffnet so wie viel haben wir tausend wir brauchen dreitausend siebentfünfzig ach und dann auch noch aufpassen dass die bogenschützen eigentlich von der säule kratzen huiuiui ich glaube hier drin ist ein schalter oder könnte mir gut vorstellen dass hier ein schalter ist damit diese brücke da außen oder man geht einfach ganz drüber und aktiviert die brücke hier per hand ja aber was bringt mir die gar nix gar nix oh ach hier ist ein checkpoint nice kann ich ja öfter sterben verliere ich jedes mal was nix so weiter darüber geht nicht so zur sicherheit ein bisschen höher so so es läuft äh fast treibungslos ohne witz ohne witz oh was macht das denn überhaupt so es ist eine verstärkte äh dingens ist eine verstärkte äh ist eine verstärkte äh hier ist gar nix hinter ja sehr geil ey das ist ja richtig behindert aber hier im kreis schon haben wir hier ein hebel die mir eine leiter freigibt zu punkten ok und noch ein hebel ok der schalter ist der schalter ist kaputt muss man wahrscheinlich zurückdrehen wie viele gibt es denn hier ja es gibt vier Räume also wenn Heavy Rain in PS Now wäre das wäre ja richtig nice aber damit würden die sich das äh kannibalisieren mit dem HD Remake obwohl sie es bei God of War 3 ja jetzt auch das ist ja mal richtig behindert ähm obwohl sie das mit God of War 3 Remastered ja auch machen aber das ist ja richtig frisch draußen das ist ja erst seit ein paar Wochen das Heavy Rain und Beyond Two Souls Bundle das ist jetzt komisch das ist jetzt richtig komisch was macht denn der Hebel denn das dreht irgendwas und dadurch passiert was aha hier oben ist dann halt auch noch ein kaputter Schalter also das hat früher das Ding aufgemacht aber jetzt hier habe ich wie der Gegner spawnen hören was das hier kaputt schieß weiß ich auch nicht das Tor ist halt auch einfach mal zu das Tor ist halt auch einfach mal zu ok da oben und hier ne gehen wir einfach mal zum save point und erstmal alles hier in dem Raum kaputt so speichern wir das ab das war's das war's äh cut God of War HD Collection das war's